Jo Leute und willkommen mal wieder zu einem neuen Realtalk Video auf dem Kanal Inkev. Lange ist es her, dass man wieder einen Realtalk kann. Okay, das ist gerade mein zweites Realtalk, was ich hintereinander aufnehme. Eigentlich ist es dumm, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber ich habe mir die Frage gestellt, ob ich eigentlich mal von YouTube leben möchte. Beziehungsweise ich bekomme das im Stream so oft zu schreiben, dass Leute fragen, ja hier, möchtest du von YouTube mal leben? Du hast ja momentan einen Beruf, aber möchtest du später das hauptberuflich machen? Oder machst du das schon hauptberuflich? Solche Fragen kommen halt ziemlich oft auf. Ich kann euch schon mal sagen, ich mache das nicht hauptberuflich, aber ich mache das halt nebenberuflich. Und dementsprechend ist natürlich YouTube und Twitch ziemlich wichtig. Also es ist halt ein Standbein, was genauso wichtig ist wie mein Hauptberuf, sage ich mal. Ja, möchte ich irgendwann mal von YouTube leben? Also ich habe das schon des Öfteren mal erwähnt, dass ich eines Tages soll das wirklich gut laufen von YouTube leben würde. Ja, also ich könnte mir das vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Einfach aus dem Grund, also mir macht momentan meine Arbeit mega Spaß, gar keine Frage. Und ich werde das auch noch ein ganzes Stück machen. Aber bei YouTube muss es halt krass laufen, damit ich sagen würde, ja, ich mache das hauptberuflich. Liegt einfach daran, dass YouTube so schnelllebig ist. Das ist echt, also das habe ich ja selber mitbekommen. Warum, sobald du mal ein Video machst, was vielleicht nicht gut ankommt oder sobald du mal irgendwas veränderst auf deinem Kanal, dann kann es sein, dass dein Kanal so abstürzt und deine Einnahmequelle komplett wegfällt. Oder du bekommst einfach mal einen Strike und schon bist du gebannt und du kannst kein Geld mehr durch YouTube verdienen. Das Ding ist halt, es ist wirklich mega, mega kurzlebig oder wie sagt man so schön? Es ist sehr riskant, sagen wir es einfach mal so. Es ist sehr riskant, sich nur auf YouTube zu verlassen. Ich habe ja auch noch Twitch, aber ich persönlich kann euch schon mal sagen, sollte es mega krass laufen, sollte ich im Monat 4.000, 5.000, 6.000 Euro mit YouTube und mit Twitch zusammen verdienen, dann könnte ich es mir vorstellen, von YouTube zu leben. Eine Sache ist trotzdem noch, das muss mehrere Monate laufen. Also es muss bestimmt ein halbes Jahr laufen, damit ich auch selber von mir sicher sein kann, dass ich da auf Dauer leben kann. Und das Ding ist halt, ich würde das aus dem Grund machen, von YouTube zu leben, einfach, weil ich dann viel mehr Zeit habe für Videos. Ich könnte dann jeden Tag ein Video produzieren, ich muss das nicht auf drei Tage hinweg takten und ja, das wäre halt einfach nur ein Segen dahingehend. Bei mir läuft es momentan halt wirklich so ab, dass ich den einen Tag, ich habe ja immer vormittags Zeit, dann mittags gehe ich auf Arbeit und dann abends habe ich halt Zeit für Streams, für Fußball, für die Freundinnen und so weiter. Das kommt ja auch noch mit dazu. Deswegen ist bei mir momentan nur vormittags die Zeit da, um YouTube-Videos zu machen. Jetzt habe ich gerade auch vormittags, deswegen geht es auch mal so ein Real-Talk. Und ich dachte mir, die Zeit nehme ich jetzt einfach mal dafür, um für In-Cave-Videos aufzunehmen. Und ich muss halt wirklich sagen, dass es momentan bei mir auch so aussieht, dass ich den einen Vormittag schreibe ich ein Skript, den anderen Vormittag, also den nächsten Tag sozusagen, nehme ich das Video auf und dann den nächsten Vormittag schneide ich das Video und lade es hoch. Das heißt, ich brauche drei Tage für ein Video. Ja, und ich bringe alle drei Tage ein Video. Das heißt, ich muss mir immer direkt danach ein Thema aussuchen und muss die Videos dann direkt bearbeiten, schneiden und was weiß ich. Also derzeit ist es mega zeitintensiv, sage ich mal. Mir macht es natürlich auch Spaß, aber es wäre halt echt erleichternd, wenn ich das Ganze an einem Tag einfach am Stück machen könnte. Ja, und die Motivation ist bei mir definitiv da. Ich bin auch so einer, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel von YouTube leben würde, ich bin so einer, ich stelle mir einen Wecker und ich stehe dann halt auch zeitlich auf, um halt die Sachen zu machen, weil ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich spät aufstehe und ich bin einfach unproduktiv am Morgen. Deswegen für mich wäre das einfach unfassbar leichternd und ich habe auch schon bei meiner Arbeit, habe ich auch schon gesagt, sollte das irgendwann mal so krass laufen, dass ich davon leben kann und locker leben kann, dann würde ich das definitiv in Anspruch nehmen. Ist jetzt momentan noch nicht so und ich gehe davon aus, dass es auch in Zukunft noch nicht so sein wird, aber man weiß ja nie, ob irgendwann mal der Kanal explodieren wird oder nicht. Es haben ja auch einige gesagt, ja, also das Potenzial liegt vielleicht so bei 1.000, 200.000 Abonnenten, hat glaube ich auch KoneV gesagt, aber für mehr sieht er es jetzt noch nicht. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, ja, ich muss versuchen irgendwie, was markant ist auf einem Kanal zu haben, dass die Leute sich das immer angucken, dass die mich feiern, nicht nur meinen Kanal, sondern auch mich als Person feiern, dass die sozusagen an mich gebunden sind und das muss ich irgendwie versuchen noch hinzubekommen, ja. Ich möchte einfach das Markante auf meinem Kanal haben. Momentan sieht es bei mir halt so aus, dass die Videos, die machen mir selber Spaß, wenn ich mir die angucke, ne. Also ich bin mega zufrieden mit meinem Content derzeit. Ich weiß aber nicht, ob das was ist, wo die Leute dann auch auf Dauer immer draufklicken und sagen, ja, Alter, ich feiere dich, ich gehe auch in deinen Streams rein und so, dass sich das halt auch auf mehrere Wege lohnt, ja. Also es wäre halt noch so eine Sache, die mich riesig freuen würde und ich glaube, dadurch kann man sich halt so eine Community aufbauen und, ja, momentan bin ich auf einem guten Weg, aber ich denke, man kann trotzdem noch einiges optimieren und deswegen bin ich auch an jedem froh, der Kritik da lässt, ne. Sei es jetzt positiv oder negativ, auch negative Kritik kann ich manchmal weiterbringen, so dass ich dann selber reflektiere und sage, hier, das und das muss ich ändern, dann läuft es vielleicht noch ein bisschen besser. Deswegen schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Ja, ich hoffe, ihr könnt soweit folgen, weil manchmal denke ich mir selber, Junge, was labere ich für eine Scheiße? Mal bin ich bei dem Thema, dann labere ich wieder irgendwas über das andere Thema. Ich hoffe, ihr kommt da hinterher. Ja, das auf jeden Fall dazu. Also ich kann es mir definitiv vorstellen, aber da müssen schon ziemlich gute Summen am Ende des Monats bei rumspringen, dass ich das mache. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt selbstständig bin, ne, muss ich mich selbst versichern. Das heißt, allein schon für die Krankenkasse, wo ich da einzahlen muss, sind ja locker nochmal 400, 500 Euro als Selbstständiger weg, ne, jeden Monat. Und dann möchte ich ja vielleicht mir auch noch ein bisschen was aufsparen für die Rentenkasse. Also entweder zahle ich direkt eine Rentenkasse ein oder spare mir selber das Geld, damit ich dann später davon leben kann. Ist halt immer so eine Sache. Aber, ja, du möchtest halt trotzdem versichert sein. Und dementsprechend, ja, habe ich dann einige Kosten zu tragen, ne. Die Wohnung, die muss ich auch noch bezahlen. Beziehungsweise muss ich halt Miete bezahlen jeden Monat. Ist ja ganz klar. und man möchte sich so noch ein bisschen was gönnen. Das heißt, ich muss viel verdienen, also wirklich sehr viel verdienen als Selbstständiger, damit ich davon noch ganz gut leben kann. Und momentan ist es einfach noch nicht so weit, dass ich das sagen könnte. Aber man weiß ja nie, wo der Weg hinführt, wie es weitergeht mit meinem Kanal. Sollte es irgendwann mal so krass explodieren, was ich jetzt wirklich nicht denke. Aber soll es so krass explodieren, dass ich sage, Alter, wirklich 7.000, 8.000 Euro im Monat oder 5.000, 6.000 Euro im Monat und das durchgängig ein halbes Jahr weg, dann würde ich mir definitiv überlegen, ob ich das Vollzeit mache. Weil wenn ich das Vollzeit mache, habe ich erstens noch mehr Motivation, zweitens ich kann noch mehr Zeit investieren in YouTube und dann kann der Kanal natürlich noch viel mehr wachsen, als wie es jetzt momentan ist. Weil die Leute auch sehen, dass ich das Ganze noch intensiver gestalte. Ihr könnt da gerne mal eure Meinung reinschreiben, wie ihr das so seht. Würdet ihr das an meiner Stelle machen? Oder seht ihr das genauso wie ich? Oder sagt ihr, ich würde schon YouTube und Twitch Vollzeit machen, wenn ich gerade so davon leben könnte. Es ist halt immer so eine schwierige Sache, weil zum einen, das ist natürlich ein Traum, den man da sich erfüllen kann, indem man einfach sagt, ich mache das direkt Vollzeit und kann halt meinen Tag selber strukturieren, aber verdiene halt ein bisschen weniger Geld. Oder sagt ihr, du machst das jetzt momentan richtig, du machst momentan noch deinen Beruf, du machst ja YouTube und Twitch nebenberuflich, das heißt, da verdienst du Geld und du verdienst Geld mit deinem Hauptberuf. so, dass es erstmal sicher ist, dass ich erstmal was in der Hinterhand habe. Schreibt da gerne mal rein, welchen Weg ihr gut findet, was ihr vielleicht besser machen würdet oder anders machen würdet. Da würde es mich auf jeden Fall mal freuen, wenn ihr da eure Kommentare reinschreiben würdet oder eure Ansicht reinschreiben würdet. Und in diesem Sinne würde ich schon was sagen, was das mit diesem Video hat mich sehr gefreut, das Ganze hier aufzunehmen. Ich hoffe, ich konnte das ganz gut rüberbringen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie es ist so schön. Stänkchen und Zwänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. So, perfekt auf 8 Minuten, jetzt kann ich das Thema Werbung schalten. Kuss.